Ja, vielen, vielen, vielen Dank für diese Einladung, diese Möglichkeit, mich mit Ihnen über das Thema auszutauschen, die Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie. Wenn man mit Menschen spricht, die zur Anthroposophie einen Bezug gefunden haben, dann ist es häufig nicht über die Frage, ist sie wissenschaftlich oder nicht, sondern begegne ich hier irgendwas, was ich als gut empfinde? Und das ist auch die Frage, die ein kleines Kind an die Umgebung stellt. Ist sie gut für mich? Irgendwann kommt die Frage und die hat Hannah Eilert gestern geäußert, sie wechselte, sollte Schule wechseln und hat gemerkt, diese Schule, in der ich hin sollte, die finde ich nicht schön. Da will ich gar nicht hin. Also die Frage, ist das, was ich erlebe, schön? Und das führte dazu, dass sie auf eine Waldorfschule gegangen ist und sich darüber sehr gefreut hat. Und irgendwann kommt aber die Frage, ja, ist das wahr, was ich hier erlebe? Und eine Kunsttherapeutin aus dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke hat kürzlich geäußert, sie kam zu diesem Krankenhaus und sie hatte das Erlebnis, ja, wie an vielen Orten gibt es vieles, was noch besser sein könnte. Aber sie darf nachfragen und wenn sie nachfragt, ist das, was sie hinter dem findet, was sie als Erscheinung hat, irgendwie auch nochmal gut. Also das Essen, sie fragt nach der Qualität des Essens nach, merkt, es kommt aus Bio und tatsächlich ist ein, es kommt aus der Region und da ist eine Tochterfirma gegründet worden, die auch noch andere Krankenhäuser und Institutionen bewirtschaftet. Also dieses Nachfragen können und das Gefühl zu haben, ja, das, was sich auch noch dahinter begegnet, das ist auch nochmal schön und das ist auch nochmal gut. Und dieses Nachfragen können ist eigentlich das Wesentliche in der Wissenschaft und wir lernen als Wissenschaftler unsere Fragen so zu stellen, dass wir uns bewusst werden über die Art, wie wir sie stellen. Wir müssen uns sehr viel Rechenschaft darüber ablegen, wie wir unsere Fragen nachgehen, um kein Bias zu haben, keine Verzehrung, kein Ergebnis herauszubekommen, der nur unseren Wünschen entspricht und nicht wirklich der Wirklichkeit. Und da haben wir in den letzten 100 Jahren enorm viel geleistet in der Wissenschaft, um diese Frage und die Rechenschaft darüber, wie man Fragen stellt, immer besser zu entwickeln und Prozesse zu entwickeln, die immer besser zu einem nachvollziehbaren Ergebnis führen. Dennoch ist es so, dass in den letzten paar Jahren auch sehr viel Zweifel über verschiedene Zweige der Wissenschaft aufgekommen sind und gleichzeitig in den Medien immer wieder auch Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie geäußert wurde. Es wurde zum Beispiel geäußert durch eine Professorin, als sie gefragt wurde, kennen Sie Nachweise der Wirksamkeit der anthroposophischen Medizin. Und sie sagte keinen einzigen, was mich erstaunt hatte, denn es wäre ihr Job gewesen, wenn sie zu einem Interview gefragt werde, nachzuschauen. Und es ist mir eine Freude, heute vorzustellen, erstens gibt es Studie zu anthroposophischen Wirkungsfeldern und einige dieser Studie haben auch positive Ergebnisse, inklusive auch aus der Medizin. Das bedeutet noch nicht, dass die Anthroposophie wissenschaftlich ist. Das bedeutet nur, manche Anregungen aus der Anthroposophie sind untersucht worden und haben positive Ergebnisse geliefert. Da aber diese Frage nach der Wissenschaftlichkeit häufig so gestellt wird oder so gemeint ist, gibt es Studien und wie sind die Ergebnisse, werde ich erst mal mit diesem Teil anfangen und dann kommen wir zurück zu der Frage Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie. Und ich habe dieses Bild ausgewählt, weil das für mich sozusagen dieses Spektrum ausdrückt, in dem wir uns befinden zwischen Beginn der Renaissance, wo die Menschen angefangen haben, durch den Schleier der Sinne auf die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu blicken und die erste Naturgesetze zu formulieren. Also dieses unglaubliche Erlebnis, ich kann nach innen hin Mathematik entwickeln, und diese kann ich auf die äußere Welt so anwenden, dass die äußere Welt für mich klarer wird, sogar in der unbelebten Welt voraussehbarer. Und auf der anderen Seite befinden wir uns in einer sehr, sehr spannenden Zeit, in der gerade durch die Venen beispielsweise von Patienten Elektroden eingeführt werden, oberhalb des Gehirns, die einen querschnittsgelähmten Patienten ermöglichen, ein Computer zu bedienen, rein über Hirnströme. Und man kann sich vorstellen, wo das hinführt und was das für ein Segen auch ist für manche Menschen, die ansonsten komplett, Sie können auch nicht sprechen, komplett abgeschlossen sind von der Welt. Also die Mensch-Maschinen-Interaktion, mit der ich mich auch beschäftige, auch als Diabetologe, habe ich viele Patienten, von denen man sagen könnte, die sind Mensch-Maschinen schon insofern, als sie zwei Maschinen auf sich tragen. Die eine lässt das Blutzucker ab und die andere gibt Insulin ab. Und in den letzten Jahren sind Algorithmen und Technologien entwickeln worden, die ermöglichen, dass die zwei miteinander kommunizieren und dass die Eltern dadurch eine viel ruhigere Nacht haben, dadurch. Und wir haben in meiner Diabetologischen Sprechstunde oder Abteilung an der Federklinik den höchsten Anteil an Patienten mitpumpen. Also von wegen, die anthroposophische Medizin wäre, wie manche es vielleicht sagen, technikfeindlich. Überhaupt nicht. Wir haben den höchsten Anteil dieser modernen Technologie in Baden-Württemberg und gleichzeitig den niedrigsten BMI. Und das sind nicht nur, weil wir einfach sozusagen irgendwie die Creme der Gesellschaft als Patienten haben. Nein, wir haben einen hohen Migrationsanteil, wir haben einen hohen Anteil an herausfordernde Patienten, die extra zu uns geschickt werden, weil sie es nicht leicht haben mit ihrem Diabetes. Ich habe übrigens auch einen hohen Migrationsanteil. Ich habe erst Deutsch gelernt als Erwachsener. Und ja, was versuchen wir zu tun? Früher war die Schulmedizin und die Alternativmedizin so zwei getrennte Gebiete, die sich so ein bisschen teilweise bekämpft haben. Dann haben sie gelernt, dass sie eigentlich komplementär zueinander sein können. Ich gebrauche den Begriff Schulmedizin nicht gern, weil die Schulmedizin ist überhaupt nicht verschult. Sie entwickelt sich jeden Tag, aber trotzdem einfach zum Verständnis. Und heute haben wir eine wirkliche Zusammenführung, diese beiden, wo wir wirklich lernen, ja, wir können uns wirklich ergänzen. Und das habe ich auch in mir selbst. Das strebe ich an. Alles, was die, das, was frühe Komplementärmedizin genannt war und alles, was die modernste Technologie und auch materialistischste Untersuchung des Menschen als Maschine mir geben kann, zum Dienst meiner Patienten. Und das Schöne dabei ist auch die Haltung. Die Haltung ändert sich von, was sind deine Symptome, was ist deine Pathologie zu, was sind auch deine Ressourcen, was kannst du aus deiner Situation machen. Jeder von uns ist in irgendeiner Weise verhindert, behindert, gehemmt in seine Entwicklung. Und jeder von uns kann aber aus dem, was ihn verhindert, ein neues Kunstwerk machen, ein neues Wunder machen, den wir dann auch tatsächlich als Menschen bewundern. Wow, was hat er oder sie aus seinem Leben in diese Situation gemacht. Und dazu wollen wir unsere Patienten ermutigen und unterstützen. Und die anthroposophisch erweiterte Medizin war von vornherein eine integrativ gedachte Medizin. Von vornherein haben Rudolf Steiner und Ita Wegmann geschrieben, eine der ersten Absätze in ihrem Buch. Es handelt sich um eine Erweiterung und um eine völlige Anerkennung dessen, was sich gerade Medizin nennt in der Welt. Und so verstehe ich auch meine Aufgabe. Und das reicht von der Technologie bis hin zur Spiritualität. Professor Arndt Büssing an unserem Lehrstuhl publiziert fast eine wissenschaftliche Publikation alle zwei Wochen zum Thema Spiritualität, Ressourcen, Coping, Lebensqualität, aber auch Cool Down. Was heißt es, wenn ich das Gefühl habe, meine Spiritualität verlässt mich? Das passiert auch in der Priesterausbildung, in verschiedenen Kirchen und so weiter. Und dieses spirituelle, geistige Trockenheit. Und wie komme ich da wieder raus? Wie finde ich wirklich wieder meine Quelle? Und eine andere Mitarbeiterin, also in unserem Lehrstuhl, wurde auch mit dem Holzschuhpreis dotiert für die Verbindung von Spiritualität und Fasten bei Typ 1 Diabetes. Und wir haben zeigen können, dass das deren metabolischen Parameter unterstützt. Ja, die anthroposophisch erweiterte Medizin war von vornherein eine integrative Medizin und auch eine wissenschaftsbasierte Medizin. Steiner war es sehr wichtig, dass wir wissenschaftlich untersuchen, was wir tun. Aus meiner Sicht hätten wir das von vornherein noch viel intensiver tun. Das lernen wir aber. Und wie man sieht, nimmt die Anzahl von Publikationen immer weiter zu. Wir sind Stand vor ein paar Tagen mit diesen Suchbegriffen bei 974 wissenschaftliche peer-reviewed Publikationen in PubMed mit teilweise negativen Ergebnissen, teilweise Ergebnissen, wo man nicht weiß, ob es positive oder negative sind und teilweise ganz eindeutig auch positive Ergebnisse. Und ein interessantes Ergebnis ist, Patients whose GPs knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Also Patienten, deren Allgemeinarzt die integrative oder komplementär Medizin, die anthroposophische Medizin kennen, sind langfristig günstiger für das Gesundheitssystem und leben länger. Am Anfang können die Kosten ein bisschen hochgehen, weil ich mich viel intensiver mit dem Patienten auseinandersetze. Aber diese Investition lohnt sich. Ich fange aber nochmal bodenständiger an. Denn in der Anthroposophie und anthroposophischen Medizin interessieren wir uns eigentlich für alles, was den Patienten umgibt. Und wir lernen immer mehr, und das ist nicht nur in der anthroposophischen Medizin so, sondern in der Medizin insgesamt, einen One-Health-Blick auf die Welt zu entwickeln. Meine Gesundheit hängt von der Gesundheit meiner Umgebung ab. Und je mehr ich zu der Gesundheit meiner Umgebung beitrage, desto gesünder kann ich wiederum leben. Und das fängt mit dem Boden an. Und es hat mich immer sehr berührt, dass die anthroposophisch geprägte Landwirtschaft, die biodynamische oder Demeter-Landwirtschaft zum Ziel hatte, nicht so viel zu produzieren wie möglich, sondern Gesundheit der Erde, Gesundheit des Bodens. Und das ist hier einer der längsten wissenschaftlichen Studien überhaupt und die längste in der Landwirtschaft. 42 Jahre lang wurde beobachtet, randomisiert, kontrolliert, wie verändert sich die Qualität des Bodens, wenn ich den Boden biodynamisch bewirtschafte, konventionell biologisch, das heißt mit ohne künstliche Düngung und konventionell mit künstlicher Düngung und ohne. Und theoretisch würde man sagen, naja, also das biodynamische und das biologische kann sich kaum unterscheiden, denn das biodynamische unterscheidet sich nur dadurch, dass diese komische Präparate hergestellt werden mit Kuhmist. Im Horn eine Kuh ein Jahr lang unter der Erde, dann wird es rausgegraben, dann wird es gemischt, dann wird es sehr fein verdünnt zerstreut über die Felder. Und das gleiche mit Quarz, sehr, sehr fein verrieben, so fein verrieben, dass es so mehr ins Homöopathische kommt und auch das über die Erde verteilt. Und doch sieht man, und das ist wirklich, die Felder sind nebeneinander, randomisiert und so weiter, also es liegt nicht in dem Fall an der Philosophie des Bauers, obwohl, also ich lade sie alle ein, biodynamische Bauernhöfe kennenzulernen und biodynamische Bauer, für mich sind alle sehr, sehr unterschiedlich, auch jeder Hof ist unterschiedlich, hat seine eigene Persönlichkeit. Das ist auch so gedacht. Die Höfe leben auch, versuchen so viel wie möglich aus dem eigenen Hof zu leben. Das heißt auch wenig Transportkosten, das heißt also eine ökologische Individualität zu werden. Und diese Bauern oder Bäuerinnen kennenzulernen, ist für mich ein sehr, sehr tiefes Erlebnis, denn sie arbeiten sehr wissenschaftlich. Sie müssen jedes Jahr sozusagen beobachten und sehen, wie kann ich es besser machen. Und gleichzeitig sind sie so tief verbunden mit der Natur und ihre Art, über die Natur zu denken, ist so lebendig und so verwandt dessen, was wir erleben, wenn wir in die Natur rausgehen und Harmonie und Gesundung erleben, dass das an sich ein Erlebnis ist. Aber hier spielt diese Komponente weniger eine Rolle, denn das sind einfach Felder, die randomisiert kontrolliert sind. Und dennoch sieht man auch hier einen besseren Boden in Bezug auf den Parameter, den wir zurzeit zur Messung der Bodensqualität am wertvollsten empfinden. Das ist der Kohlenstoff, der organische Kohlenstoffgehalt im Boden bei der biodynamischen Landwirtschaft, aber auch der pH-Wert war günstiger und der Phosphatgehalt im Boden. Also alle Hauptparameter, die wir verwenden, waren besser bei der biodynamischen als bei der organischen und das wiederum war besser als beim konventionellen. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, sich klarzumachen, wenn ich etwas einkaufe, dann mache ich einen Unterschied auch in Bezug auf Bodengesundheit, je nachdem, was für eine Art ich einkaufe. Und es gibt noch viel, viel mehr zu beforschen. Also das soll einfach jetzt nicht ein weniger, also es ist schon mal ein Beweis, aber es soll weniger als ein Beweis interpretiert werden, als wow, hier gibt es noch wahnsinnig viel zu erforschen, wahnsinnig zu entdecken und zu tun. Und das ist jetzt Oktober publiziert worden, also ganz neu, vor fünf Monaten publiziert worden. Und jetzt möchte ich ein weiteres angehen, denn eine Kritik an der biodynamischen Landwirtschaft auch immer wieder auch im Fernsehen war, ja, wir sehen sogar, dass sie den Boden besser erhalten als die anderen Bauernhöfen. Aber es hat Esoterik und wir wollen nicht Esoterik in unsere Wissenschaft, wir wollen Wissenschaftlichkeit. Und insofern wollen wir nicht Biodynamik fördern, sondern einfach Organik. Und jetzt können wir nochmal fragen, okay, warum sagen Sie, es hat Esoterik? A, weil sehr fein verdünfte Substanzen über die Erde verteilt wird. Deshalb werde ich als nächstes die Frage behandeln, können sehr fein verdünnte Substanzen, potenzierte Substanzen, eine Wirksamkeit haben. Und da habe ich Ihnen die Freude, Ihnen mitzuteilen, dass Stefan Baumgartner am 8. März, also diese Woche, Professor geworden ist an der Universität Zwittenherdecke und er hat uns eine Antrittsvorlesung gehalten hat. Und Stefan Baumgartner hat sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien gemacht. Der hat viele Studien gemacht zu substanziellen Sachen. Zum Beispiel hat eine Doktorantin von mir und ihm entdeckt, dass oder nachgewiesen, dass eine Salbe, die aus einem Mistel-Extrakt hergestellt wird mit einer CO2-Extraktion, das ist substanziell, das ist Mistel-Substanz, wenn auf Hautkrebs aufgetragen, in 60 Prozent der Fälle dazu führt, dass dieser Hautkrebs verschwindet. Es gibt aber auch noch bessere schulmedizinische Produkte mit Antikörper. Die haben allerdings eine etwas höhere Reagibilität, also etwas höhere Nebenwirkungsrate. Das heißt, aus meiner Sicht könnte man zuerst dieses Produkt probieren und dann das andere, weil die Mist-Extrakte haben wenige Nebenwirkungen. Darüber hätte Stefan Baumgartner seine Vorlesung halten können, das wäre weniger risikoreich gewesen oder über viele andere Sachen, als über die Frage, sind spezifische Wirkungen potenzierter Präparate naturwissenschaftlich nachvollziehbar? Das ist ein Affront an unser gesamtes Paradigma der Materie. Ja, und das werde ich Ihnen zeigen, warum. Also potenzierte Arzneimittel werden in der anthroposophischen Medizin und in der Homöopathie seit vielen Jahrzehnten eingesetzt. Anthroposophische Medizin hat ein Teil potenzierter Substanzen, ganz viel nicht potenzierte Substanzen. Also viele der Medikamenten und Anwendungen haben mit Homöopathie und potenzierter Substanzen nichts zu tun, aber ein Teil ja. Und das ist einer der Gründe, warum die anthroposophische Medizin attackiert wird. Und also 60 Prozent der Bevölkerung haben damit was zu tun gehabt. Die sind auch gesetzlich gut verankert. Das ist auch ganz klar beschrieben, nach welcher Methode man das tun sollte und das wird auch qualitätskontrolliert und einfach für alle zum Verstehen. Es ist geregelt, gesetzlich in den Monografien 1038 und 2371. Und es besteht darin, dass wenn ich eine Substanz nehme, sie 1 zu 10 zum Beispiel, weil die 10 verdünne und dann von diesem Verdünnten wiederum nur ein Zehntel nehme, in eine neue Flasche schüttel, wiederum davon ein Zehntel nehmen, eine neue Flasche schüttel. Und das heißt umgekehrt, wenn ich das nicht immer so verdünnen würde, dass ich ein Zehntel nehme und in ein neues, sondern einfach zehnmal mehr dazu, dass ich bei D2 so eine Verdünnung hätte, also so eine Tasse, bei D3 so, bei D4 so und immer zehnmal mehr, da ist man relativ schnell in Bereichen, die man sich kaum vorstellen kann. Also noch mal zehnmal mehr und das ist so groß wie dieser Saal, noch mal zehnmal mehr und das ist die Hälfte von Berlin, noch mal zehnmal mehr und das ist die Hälfte von Deutschland, noch mal zehnmal mehr und es ist die Hälfte der Welt, noch mal zehnmal mehr, es ist fünfmal die Welt und noch mal zehnmal mehr komme ich schon in astronomischen Zusammenhängen und sodass eine D30 so viele Nuller hat, dass ich bei der Masse unseres Sonnensystems bin und eine C30 so viele Nuller hat, dass ich bei der Masse an Wasser bin, die größer ist wie, das ist hier Masse der Erde im Vergleich und das ist hier Masse des Sonnensystems, die größer ist als unsere, nicht nur als unser Sonnensystem, sondern als unsere Gesamte, als unser gesamtes Universum. Kann nicht wirken, oder? Ich meine, das ist ein bisschen Substanz verdünnt im ganzen Universum. Mit dem Unterschied, dass es bei jeder Verdünnung verschüttelt, verschüttelt und was passiert? Die Oberfläche erweitert sich, erweitert sich, erweitert sich, erweitert sich. Diese Substanz kommt in einem Zustand, den sie vielleicht kannte am Anfang des Universums. Also das ist ein völlig anderer Zustand als unser materieller Zustand und die Frage ist, kann das irgendeine Wirksamkeit haben, diese enorme Vergrößerung der Oberfläche bis hin zu gar nicht mehr ab D23, gar nicht mehr physisch da sein nach unserem Atommodell. Und man muss sagen, und das hat Martin Lambeck in seinem Buch über Physik geschrieben, also es besteht hier ein Konflikt zwischen Physik und Homöopathie. Und dann sagt er, ja, aber als Wissenschaftler aus dem Umstand, dass ich ein Phänomen nicht erklären kann, schließe ich nicht, dass er nichts existiert, sondern dass seine Existenz geprüft werden sollte, um den Fortschritt der Wissenschaft zu dienen. Und da sagen viele, ja, okay, aber es ist genug geprüft worden, jetzt hören wir mal auf damit, weil es kann einfach nichts drin haben. Stefan Baumgartner hat sich diese Frage 96 gestellt und ist dem nachgegangen, ganz systematisch. Und 2010 dachte er, da ist vielleicht was dran. Und 2023 hat er seine Antrittsvorlesung dazu gehalten. Und er hat viele, viele Modelle untersucht und er hat herausgefunden, eine gesunde Pflanze ist nicht, also spricht kaum auf Homöopathie an. Ein gesunder Organismus in seinem Gleichgewicht wirkt es nicht. Aber wenn ich die Pflanze etwas vergifte und sie schlechter wächst und hier das sind Krässen, die sehr systematisch aufbewahrt werden, dann wachsen sie nicht mehr wie auf der rechten Seite bei A, sondern wenn ich sie vergifte, wie auf der linken Seite. Und wenn ich sie dann behandle mit einem hochpotenzierten, also hochverdünnter Substanz, dann wachsen sie, also oben sind die gesunden Pflanzen und unten sind die vergifteten Pflanzen. Und wenn ich sie behandle mit einer hochverdünnter Substanz, dann wachsen sie in jeder Probe, das sind fünf verschiedene Experimente, etwas besser. Das sind ganz kleine Unterschiede. Aber jedes Mal ein positiver Unterschied mit einer relativ hohen Streuung. Wenn man einfach sozusagen die alle mittelt und nur die Streuung nimmt, dann muss man sagen, es ist nicht signifikant. Wenn man aber immer den Unterschied nimmt und da die Streuung messt, dann muss man sagen, es ist signifikant. Und jetzt hat Stefan Baumgartner und das ist oft so, dass Wissenschaftler auf kleine Unterschiede aufmerksam werden und dem nachgehen. Und es gibt aber nichts Peinlicheres im Leben eines Wissenschaftler als falsch positive Meldungen. Ich habe das gefunden und nachher wird das als falsch herausgestellt. Und deshalb ist er sehr, sehr sorgwürdig dem nachgegangen und hat etwas gemacht, was es bisher in der Wissenschaft gar nicht gab, nämlich eine komplette Negativkontrolle, wo er alle Prozesse durchgeführt hat, genauso wie vorher, aber ohne Substanz drin. Das heißt, sowohl das Placebo als auch das vermeintliche Echte waren ohne die Ausgangssubstanz, damit er sehen kann, ob schon die Reihenfolge dieser Proben in dem Labor etwas ausmacht. Und auch nach Abzug dieser Kontrolle, also hier sieht man die Kontrolle, auch Streuungen, aber insgesamt also Streuungen in beiden Richtungen. Und wenn man die Kontrolle abzieht, dann bleibt es signifikant. Und das wurde noch mal wiederholt in zwei verschiedenen Laboren von zwei verschiedenen Menschen. Es kam ein etwas geringeres Ergebnis heraus, aber immer noch signifikant. Und warum das Ergebnis etwas schwächer ist, dazu gibt es auch inzwischen Hypothesen. Und jetzt zeige ich noch mal ein anderes Experiment, weil da könnte man sagen, okay, das ist einfach Wachstum der Kresse. Gut, da gibt es was. Es ist jedes Mal tatsächlich. Also es gibt einen systematisch nachweisbaren Unterschied zwischen mit potenzierten und ohne potenzierten. Bei D30, also kann nichts mehr drin sein und trotzdem sieht man den Unterschied, kann man das mit anderen Methoden nachweisen. Nochmal, diesmal 35 unabhängige Versuche, drei verschiedene Labore, randomisiert, kontrolliert, verblindet. Und diesmal die Methode der Fingerprint-Analyse des Metaboloms. Das ist ein Kristallisationsprinzip, was entwickelt worden ist. Auch von anthroposophischen Forschern wird aber auch in der Wissenschaft zum Beispiel verwendet, um Tränenanalysen zu machen. Also es ist ein etabliertes Verfahren in manchen Bereichen. Es wurde ein Extrakt aus dieser Pflanze genommen und dieser Extrakt wurde in eine Natriumchloridlösung oder Kupferchlorid in diesem Fall in diese Kupferchlorid-Kristalle, die entstehen, entstehen unterschiedlich, je nachdem, welche Lösung in diese Kupferchloridlösung hinzugefügt wurde. Und in diesem Fall war einmal die potenzierte Lösung und einmal einfach die kontrollierte, nur mit Wasser geschüttete Lösung da reingetan. In die Proben des Wachstums, also das ist auch eine Kressensorte. Und dann wurde die Kresse von beiden Proben genommen, daraus ein Saft gemacht und dieser Saft würde zur Kupferchloridlösung hineingetan und das würde kristallisiert. Und dann diese Platten mit Kristallisation per Computer analysiert. Und wir wissen, dass die Differenziertheit der Kristallisation sich ändert, je nach Qualität der Proteine. Das wird auch übrigens in der Demeter-Landwirtschaft verwendet. Da sieht man häufig, dass das Gemüse, was vielleicht ein bisschen kleiner ist, ein schöneres und differenzierteres Kristallisationsmuster macht. Und viele Menschen, die empfindlich sind, können das auch schmecken, den Unterschied, den qualitativen Unterschied. Jetzt hier die experimentelle Stabilität wurde auch überprüft und die Texturanalyse, die rein mit Computer durchgeführt wurde, also auch ohne Menschenintervention, einfach an dem die Anzahl Verzweigungen gezählt wurde, zeigte wiederum einen signifikanten Unterschied. Also jetzt haben wir mehrere Methoden und dieser Unterschied war auch deutlich größer, also im 8-Prozent-Bereich. Und wir sehen, dass inzwischen sehr viele verschiedene Modelle untersucht worden sind und die grüne Farbe zeigt, welche Modelle alle einen positiven Nachweis der Wirksamkeit potenzierter Substanzen ergeben haben. Die roten zeigen einen negativen und die Orangenen, weder noch. Und inzwischen gibt es auch eine Datenbank bei Homrex, wo über 1500 Publikationen gesammelt wurden zur Wirksamkeit hochpotenzierte Präparate. Es gibt auch sehr, sehr viele Tierversuche, aber dazu fehlt noch eine systematische Analyse. Wenn man bei Pflanzenversuche schaut, also Bio-Essays, wie ich es gerade gezeigt habe, gibt es 192 Publikationen mit 202 experimentellen Studien. Und wenn man nur die hochwertigen heraussucht, findet man in 42 von 40 Studien einen signifikanten Unterschied. Es gibt In-Vitro-Essays bei Zellen. Dazu gibt es 58 Publikationen mit 67 experimentellen Studien. Und man sieht auch da im Vergleich zu Placebo einen positiven Effekt bei allen Studien in 73 Prozent der Fälle, wenn man nur die hochqualitative heraussucht in 77 Prozent der Fälle. Und es gibt auch noch physikalische Untersuchungen. Und das hat mich sehr erstaunt, dass man kleine Unterschiede auch noch in physikalische Untersuchungen findet. Und auch da ist es so, dass von 134 Publikationen mit 203 experimentellen Studien, wenn man alle Studien nimmt, in 72 Prozent der Fällen einen positiven Nachweis findet. Und wenn man nur die 29 Studien nimmt, die eine sehr hohe Qualität haben, findet man, dass 23 davon einen positiven Nachweis haben, also 79 Prozent. Also eine physikalische Studie ist beispielsweise, ich untersuche das Wasser mit Kernspintomographie, nachdem ein homöopathischer Zusatz hineingetan war, der ja auch nur aus Wasser besteht oder ohne, und merke eine unterschiedliche Struktur des Wassers. Und diese unterschiedliche Struktur des Wassers wurde aus mit inzwischen drei verschiedenen Methoden nachgewiesen. Und man ist dabei nachzugehen, womit das zusammenhängen könnte, weil mit der thermischen, thermischen Unterschiede kann es nicht zusammenhängen. Der, 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 die Hypothese, die zurzeit am besten passt, ist, dass eine Art elektromagnetische Veränderung des Wassers stattgefunden hat. Und anfängliche Versuche deuten auch in diese Richtung, insofern, als dass man die mit elektromagnetischen Feldern auch stören kann, diese Effekte. Das ist aber etwas, was jetzt gerade untersucht wird. Also ich würde sagen, Stand des Wissens, alles, was ich Ihnen gezeigt habe, ist peer-reviewed publiziert worden. Und das, obwohl es sehr schwer ist, in der heutigen Zeit etwas über Homöopathie oder potenzierte Substanzen überhaupt zu publizieren, weil die meisten Journals lehnen das von vornherein ab, weil die wollen keinen Shitstorm haben. Sie wollen nicht, dass ihr gesamtes Journal kritisiert wird, weil sie irgendwas zur Homöopathie oder potenzierte Substanz kritisiert wurden. Trotzdem sind diese Publikationen, die ich Ihnen gezeigt habe, in anerkannten Peer-Reviewed-Journals publiziert worden, weil die Methode wirklich solide war. Das in Bezug auf den möglichen Wirkmechanismus dieser Präparate wird noch untersucht und erscheint hoffentlich in den nächsten Jahren in Publikationen. Aber das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist Stand des Wissens, des publizierten Wissens. Vielleicht soweit, als erster Teil, es war mir wichtig, erstens zu zeigen, es gibt Publikationen zur Anthroposophie und anthroposophischen Medizin. Zweitens, dass die Sachen, die man am meisten kritisiert an der biodynamischen Landwirtschaft und an der anthroposophischen Medizin, nämlich, dass auch hochverdünnte Substanzen verwendet werden, dass man diese Kritik selber infrage stellen kann. Also, dass man diese Annahme, dass wir schon alles wissen über Materie und dass Materie nicht so wirken kann, dass, wenn es hochverdünnt und verschüttelt wird, rhythmisch, keine Wirksamkeit zeigen kann. Das, würde ich sagen, ist etwas, was wir infrage stellen dürfen. Und daher dürfen wir mit der Annahme leben, dass es möglicherweise eine Wirksamkeit gibt der Homöopathie, dieses Teil der anthroposophischen Medizin und auch dieses Teils in der Landwirtschaft. Und deshalb würde ich sagen, dass alle, die einfach das ablehnen, weil sie sagen, dass es esoterisch noch nicht die Literatur sorgfältig genug studiert haben und sich noch nicht sorgfältig genug damit auseinandergesetzt haben, was ist wirklich Materie? Und das ist eine Grundfrage der Anthroposophie auch. Was ist Materie? Darüber könnten wir uns lange unterhalten. Ich möchte Ihnen noch ein paar Studien zeigen, bevor wir dann ins Gespräch kommen. Äußere Anwendungen werden in der anthroposophischen Medizin häufig verwenden. Gibt es dazu Wirksamkeitsnachweise? Ja, wir wissen inzwischen, das wurde von Jan Fageris am Arkin-Institut schön untersucht, es macht einen Unterschied, ob ich Senfwickel verwende, da geht die Hitze sehr schnell hoch, ist aber weniger lang anhaltend, oder Ingwerwickel verwende, da braucht es eine Weile, bis ein Wärmegefühl sich entwickelt. Von außen spürt man das gar nicht und doch hat man eine lang anhaltende Wirkung, für die ich als Arzt sehr, sehr dankbar bin, das kann ich Ihnen sagen. Auch rhythmische Massage. Diese Studie ist dadurch entstanden, dass ich eine Patientin von mir, die in die Notaufnahme kam mit Bauchschmerzen in der Uniklinik. Ich dachte, sie hatte eine entzündliche Blinddarmentzündung. Nein, die Schmerzen waren nicht da, wir haben das ausgeschlossen, Ultraschall, und dann stellt sich heraus, diese ultra starke Schmerzen, die sie hatten, die sie fast bewusstlos gemacht hatten in der Schule, hatten mit ihrer Regelblutung zu tun. Und das hatte sie jeden Monat. Und inzwischen haben wir viele Untersuchungen dazu. Ich weiß inzwischen, wie manche Frauen sogar ihr Terminkalender danach planen, wann sie denken, ihre Regelblutung sein wird, weil diese Zeit sie komplett außer Gefecht setzt. Und ich wusste von einer rhythmischen Masseurin, sie kann oft diese Frauen und Mädchen helfen. Und deshalb habe ich gesagt, ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ein Arzt in der Notaufnahme Ihnen die Telefonnummer einer rhythmischen Masseurin gibt, aber ich wage das zu tun, weil ich den Eindruck habe, das könnte helfen. Zwei Monate später höre ich von dieser jungen Mädchen, sie war 15 Jahre alt, sie hat es tatsächlich gemacht und sie sagt ja, ihre Regelschmerzen sind weg. Und das hat mich sehr beeindruckt und ich habe gedacht, das müssen wir wissenschaftlich untersuchen. Wir haben eine randomisierte, kontrollierte Studie dazu gemacht. Wir haben es verglichen mit gar nichts und mit Atemübungen. Ich kann Ihnen sagen, dass sowohl die Atemübungen als auch die rhythmische Massage hilft. Nicht bei allen Frauen, und da fängt die individuelle Medizin an, rauszufinden, womit hängen deine Regelbeschwerden zusammen und was von den vielen Möglichkeiten, die wir haben, Ingwerwickel ist übrigens auch eine, passt in deinem Fall, um dir wirklich zu helfen. Und das Schöne war, wir haben auch die Patienten malen lassen, wie fühlt sich das an? Und das Interessante ist, unser inneres Erlebnis unseres Körpers ist ganz anders als das Äußere, was wir sehen an der Anatomie. Und es sind auch Lichterlebnisse, es sind auch Dunkelerlebnisse, es sind Erlebnisse, dass der Körper teilweise so groß ist, obwohl er das nicht ist, oder völlig wie seine Konturen verliert in manchen Beziehungen. Und das haben wir auch malen lassen. Hier sieht man vor Massage und später der Unterschied bei einer Frau. Jetzt komme ich zu der Frage, manche sagen nichts von dem, was Rudolf Steiner gesagt hat. Rudolf Steiner war ja der Begründer der Anthroposophie, so wie wir sie heute kennen. Eigentlich gab es schon vor Rudolf Steiner die Forderung, es sollte eine Anthroposophie geben. Ignatius Troxel hat gesagt, es muss zusätzlich zu den Wissenschaften, die es zurzeit gibt, noch eine Wissenschaft, wo das Geistige, das Übersinnliche im Menschen sich beschäftigt mit dem Geistigen in der Welt. Es musste eine Wissenschaft des Selbstbewusstseins des Menschen und wie es zusammenhängt mit allem anderen, was wir studieren. Und er hat eine Anthroposophie gefördert. Und Rudolf Steiner hat dieses Wort aufgegriffen, um genau diese Wissenschaft oder dieses wissenschaftliche Streben zu bezeichnen. Und eines seiner Aussage war, jedes Organ hat seine eigenen spezifischen Geschmacksempfindungen. Der Magen hat seine spezifischen Geschmacksempfindungen. Von dem er sagt, der kleine Säugling, der hat bis in den Magen noch Geschmacksgefühl, auch für die Muttermilch. Aber auch die Leber, die Lunge, das Herz haben Geschmacksempfindungen. Aber unbewusst. Und jetzt denkt man, wieder eine esoterische Aussage Steiners. Und das ist oft so mit den esoterischen Aussagen Steiners, wenn man sie ernst nimmt und nachgeht. Und das hat Christoph Schemp, Professor in Freiburg für Dermatologie. Ja, gibt es tatsächlich Geschmacksrezeptoren an diesen verschiedenen Organen? Ja, wenn man sie untersucht, hat Zunge, Bauch, Lunge, Herz, Magen, Plazenta, Gehirn, Haut, sogar unsere Zellen, unsere Immunzellen haben Geschmacksrezeptoren. Nur sind sie nicht innerviert. Und deshalb sind sie unbewusst. Also H genau so, wie es Rudolf Steiner beschrieben hat, aus seiner Innenansicht. Der ging sozusagen mit seiner gesteigerten geistigen Kraft, von dem er beschreibt, wie man das steigert, auch in die Exploration seiner eigenen Organe und hat Entdeckungen gemacht. Und er sagte, eines Tages werden die Innenschau und die äußere Schau durch die Wissenschaft sich so treffen, wie wenn man von zwei Seiten eines Tunnels den Gotthardtunnel bohrt und genau in der Mitte sich trifft. Und das ist hier ein Beispiel dafür. Man kann tatsächlich diese Geschmacksrezeptoren nachweisen und das ist auch sogar von Bedeutung. Denn wenn wir Bittesubstanzen zu uns einnehmen, wirken sie nicht nur auf unsere Zunge, sondern auf unser ganzer Körper. Und die Geschmacksrezeptoren in der Haut animieren die Haut dazu, mehr Lipide, also mehr gesunde Hautfette zu produzieren und mehr Proteine zu produzieren und hat eine gesündere Wirkung auf die Haut. Und das hat er sogar zu einer Creme entwickelt, die hilft, und das habe ich selber auch bei einigen meiner Patienten angewendet, bei Patienten, deren Hautbeschaffenheit nicht optimal ist. Natürlich wird man als anthroposophischer Arzt schauen, warum ist diese Hauptbeschaffenheit nicht optimal, wie hängt es mit dem Gesamten dieses Menschen zusammen und inwiefern ist es sogar ein gesunder Versuch, etwas anders auszugleichen, worauf ich auch aufmerksam werden sollte, sonst behandle ich nur ein Symptom. Also die anthroposophische Medizin macht mir sehr viel Freude, weil sie mir ermöglicht, die gesamte Palette der Schulmedizin, die ich nicht gerne so nenne. Ich würde sagen, man kann auch sagen, der Mainstream-Medizin, der Medizin, die wir alle auf der ganzen Welt versuchen immer weiter zu entwickeln, zu erweitern. Und sie ermöglicht auch viele unserer Kollegen tatsächlich sechsmal weniger Antibiotika zu verbrauchen als der gute Durchschnitt von Süddeutschland, der schon super ist. Ja, die deutschen Ärzte sind da sehr bewusst und verschreiben viel weniger als in anderen Ländern und aber auch viel weniger Antibiotika, also fiebersenkende Mittel bei Kindern mit febrile, oberer, also fieberhafte Atemwegsinfekte. Und das bei in dieser Studie schnellere Heilung, höhere Zufriedenheit und weniger Nebenwirkungen. Das war aber keine randomisierte, kontrollierte Studie. Das heißt, es können ganz viele Bias-Faktoren eine Rolle spielen und das ist einfach eine Anregung dazu, mehr gemeinsame Studien zu machen, um das zu untersuchen. Und das wird auch gemacht und das ist auch wichtig, denn wir verschreiben bei den zwei- bis fünfjährigen immer noch viel zu viele Antibiotika. Hier 683 Verordnungen pro tausend Versicherte im Jahr. Das ist ein Unding, dass zwei- bis fünfjährigen so viele Antibiotika bekommen. Und das ist, wie man das sieht am Beispiel der anthroposophisch arbeitenden Ärzten, vermeidbar. Und auch in Krankenhäusern haben wir auch publiziert, dass auch Lungenentzündungen teilweise ohne Antibiotika behandelt werden können. Und das geht nicht nur für die Viralen, wo Antibiotika sowieso nicht wirken, sondern auch für die Bakteriellen, wenn sie nicht zu schlimm sind. Und das erfordert aber eine sehr achtsame Medizin, die von vielen Seiten den Patienten unterstützt, auch mit Wärme, auch im Umgang mit dem natürlichen Antibiotikum, was wir Fieber nennen, wo das Immunsystem einfach schneller und besser arbeiten kann. Und das erfordert eine Medizin, die aber im richtigen Moment auch bereit ist, ein Antibiotikum zu verwenden und auch sehr dankbar ist, dass es dieses Antibiotikum gibt. Und wir haben auch Studien darüber, wie ist die Akzeptanz, wenn ich Eltern beibringe, wie können sie mit ihrem Kind so umgehen, dass sie eben Antibiotika einsparen und dem Kind auf natürlicher Weise durch die Erkrankung begleiten. Und in dieser Studie wurden 351 Kinder mit Bronchiolitis, Asthma und Lungenentzündung im Krankenhaus eingeliefert. 137 Kinder enthielten eine anthroposophische Behandlung. Und das nahm immer mehr zu, weil das war ein Krankenhaus, was dabei war, anthroposophische Anwendungen zu lernen und einzuführen. Und 52 Prozent der Eltern füllten den Fragebogen aus. Also wir sehen hier ein Selection Bias. Es braucht weitere Untersuchungen. Aber das, was wir hier haben, zeigt eine hohe Zufriedenheit der Eltern. Sie hielten das für sehr hilfreich, was sie gelernt haben und gaben an, Fähigkeiten gelernt zu haben, die ihnen ermöglichen, besser sich um ihr Kind zu kümmern. Und auch die Mitarbeiterbefragung ergab eine positive Bewertung über dieses erweiterte Betreuungsangebot und engere Kontakt mit dem Kind und entspanntere Kinder. Und das ist ja das Schöne, in einem Krankenhaus zu arbeiten, wenn man das Gefühl hat, es geht den Kindern gut und die sind entspannt. Ich will nicht sagen, dass es nicht in anderen Krankenhäusern auch so ist. Das war an der Uniklinik in Tübingen, wo ich gearbeitet habe, auch so. Wir waren, ich würde sagen, wir haben dort eine sehr integrative Medizin gemacht. Und das machen ganz, ganz viele, gerade Kinderärzte auf der ganzen Welt, weil man am Kind lernt, integrativ zu arbeiten. Und interessanterweise würden die Kosten für eben Personalschulung und Medikamente dann auch kompensiert zum großen Teil durch das, was die Krankenkassen zahlen konnten. Das ist auch ein Punkt, also die anthroposophische Medizin versucht und ist da gut, finde ich, wenn sie sich wirklich um die gesamte Bevölkerung kümmert und nicht irgendwie eine Elite-Medizin ist. Und das zeigt auch diese Studie an 29.000 Patienten in Deutschland, dass das Kollektiv in anthroposophischen Krankenhäusern auch dem durchschnittlichen Kollektiv entspricht und nicht nur einer Medizin der Reichen ist. Und auf diese Basis können wir dann auch auf diese Studien schauen, die konventionelle Medizin und integrative Medizin oder anthroposophische Medizin vergleichen und in jeder einzelnen Studie zeigt, diejenigen, die integrative oder anthroposophische Medizin betreiben, verbrauchen weniger Antibiotika. Und das ist in der heutigen Zeit, wo wir nicht nur eine antimikrobielle Resistenz haben, wo die Antibiotika immer weniger wirken, weil wir sie inflationär verwenden, aber auch, wo wir jetzt neuerdings sehen, je mehr Antibiotika man verwendet, desto mehr möglicherweise steigt die Krebsinzidenz. Es gibt eine dosisabhängige Beziehung, merkt man, wie wichtig es ist, da sparsam vorzugehen. Und es ist sogar nachgewiesen worden, dass Kinder, die einen anthroposophischen Lebensstil haben, eine gesündere Darmflora haben. Und andere Studien zeigen, sie haben einen niedrigeren Cortisol-Level, also weniger Stress. Und diese ganzen Studien sind angeregt worden durch eine Studie, die 1999 im Lancet publiziert wurde, die gezeigt haben, dass der anthroposophische Lebensstil an Steiner-Units gemessen mit einer niedrigeren Allergierate zusammenhängt. Also wir haben noch viel zu erforschen in Bezug auf, was Anregungen sind zum Leben durch die Anthroposophie und wie sie sich auswirkt in dem Leben. Und ich möchte diesen Forschergeist animieren und auch nicht die Dogmatik, die man teilweise wiederum, und das ist ein Schatten manchmal, in anthroposophischen Kontexten wie in jedem anderen Kontext, also in jeder Gruppierung, in der man heute geht, findet man Dogmatik. Und es geht darum, wie kommen wir wieder raus aus dieser Dogmatik zu einem Forschergeist. Und das auch in Bezug auf die Eurythmie. Die Eurythmie ist eine Kunst, die von Rudolf Steiner entwickelt worden ist, wo ich das, was ich im Inneren erlebe, zum Ausdruck bringe in meine Gesten, und zwar auch die Gesetzmäßigkeiten, die in der Sprache erlebt werden. Also wenn ich A sage, hat es eine öffnende Geste, und wenn ich U sage, hat es eher eine ernsthafte, mich sammelnde Geste. Und diese Gesten können auch therapeutisch angewendet werden. Und diejenigen, viele, die es erlebt haben, verwenden das weiter in ihrem Leben. Und ich gehöre dazu, ich hatte einen schlimmen Motorradunfall einmal und durfte eine Heil-Eurythmie-Therapie erfahren. Und bis heute übe ich einige dieser Übungen aus. Und es gibt dazu auch Publikationen zu Rückenschmerzen. Und auf Basis dieser nicht randomisierten Publikationen wurde dann ein Protokoll entwickelt für eine randomisierte, kontrollierte Studie, Vergleich Yoga, Eurythmie und Physiotherapie. Vielleicht bevor ich dazu gehe, einfach damit Sie verstehen, wie viel Arbeit so eine Studie ist, das Protokoll zu entwickeln, dann die Patienten zu rekrutieren, dann zu schauen, passen Sie, können wir die überhaupt reinnehmen? Haben Sie vielleicht Ursachen für Ihre Rückenschmerzen, die jetzt, manche haben Rückenschmerzen, weil sie einen Krebs haben? Oder ja, also, und dann wurden jeweils 100 zu Yoga, 92 zur Rhythmie, 82 zur Physiotherapie. Das ergab sich durch die Randomisierung. Und dann muss man sie auch noch nachverfolgen. Wie geht es Ihnen nach 14 Wochen? Und ein Teil dieser Patienten verschwinden. Und dann hat man Lost to Follow-up, muss aber trotzdem, um der wissenschaftlichen Stringenz gerecht zu werden und nicht nur die zu behalten, die am Ende da sind, eine Intention-to-Treat-Analyse machen. Das heißt, das verdünnt die Ergebnisse erheblich. Und dennoch sieht man eine Abnahme der Rückenschmerzen bei allen drei gleich. Man kann sagen, Eurythmie, Yoga, Physiotherapie kannst du dir auswählen. Die helfen alle drei einigermaßen gut bei Rückenschmerzen. Interessanterweise gab es auch einen Trend dazu, dass die, die Eurythmie gemacht haben, eine höhere Lebensqualität hatten. In den Interviews gaben sie an, ja, ich kann mich anders ergreifen. Ich kann anders diese Interaktion zwischen Seele und Körper, zwischen Gefühle und Körper, zwischen Gedanken und Körper handeln, handhaben. Und ich erlebe das auch, wenn ich mich vertiefen möchte in einem Thema, dann verwende ich tatsächlich die Eurythmie, um meine Gedanken zu vertiefen und mir so einen Zeitraum zu geben. Auch hier ist der Unterschied bei diesen wenigen Patienten marginal signifikant. Das ist einfach nur ein Hinweis aus der Wissenschaft, aber aus einer sehr gut durchgeführten Studie, die im Journal of Pain publiziert wurde. Auf dieser Basis und Basis anderer Studien machen wir jetzt gerade eine große Studie, die durch Gunver Kienle angeregt und ins Laufen gebracht wurde, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt wurde, die an sieben verschiedenen Universitäten läuft, vergleich Tai-Chi und Eurythmie als Sturzprophylaxe im Alter. Auch da könnte ich Ihnen stundenlang darüber erzählen, was es heißt, so eine Studie durchzuführen, gerade auch in Pandemiezeiten. Also sehr, sehr viel Arbeit, aber es geht weiter. Und im British Medical Journal hat David McGovern eine Studie publiziert, wo es darum ging, was passiert, wenn die Patienten, die in England aus dem System rausfallen, wo alle Arzt sagen, ich will sie nicht mehr sehen. Also die hat so immer, also so viele Probleme mit Schmerzen und so weiter. Ich komme damit nicht zurecht und Sie kommen mit uns nicht zurecht. Der hat diese Patienten kommen lassen zu seiner Praxis in London und mit ihnen künstlerische und andere Therapien durchgeführt. Rhythmische Massage, Eurythmie, Bewegungstherapie, Chor singen, basteln, mit ihnen sprechen, Gruppentherapien. Und er hat den British Medical Journal Awards gewonnen, 2007 für Innovation für dieses Projekt, weil er zeigen könnte, dass diese Patienten sich tatsächlich nach und nach bessern, von ihren Medikamenten wegkommen, die Depressionsrate verringert und sogar die Kosten in Bezug auf Termine und Therapietermine mit der Zeit gesunken sind. Vielleicht soweit zu dieser Frage Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie von außen betrachtet. Wir haben nicht damit angefangen, sie von innen zu betrachten, uns die Frage zu stellen, was ist Wissenschaftlichkeit überhaupt? Ja, jetzt würden mich Fragen ihrerseits interessieren. Es sind jetzt schon ein paar Sachen publiziert und weiteres entsteht gerade. Die Publikationen, also die aus Stefan Baumgartners Gruppe finden Sie, wenn Sie einfach in Google Scholar Stefan Baumgartner und Water Molecular Structure eingeben und dann dürften Sie das finden und sonst können Sie mir eine E-Mail schicken, dann schicke ich Ihnen was. Ja. Ja, also bisher sind das alle Hinweise, also die, die sozusagen wirklich stringent durchgeführt werden, die Experimente, Hinweise darauf, dass etwas mit dem Träger und da ist Wasser offensichtlich, Wasser ist überhaupt eine Wundersubstanz, die hat ganz viele Anomalien für eine Flüssigkeit. Also rein dadurch, dass sie leichter ist im gefrorenen Zustand als im festen Zustand, als im flüssigen Zustand, ermöglicht das Leben. Ja, sonst würde das Eis in den Meeresgrund sinken und das Leben wäre in der Eiszeit nicht möglich gewesen. Und diese vielen Anomalien, die Wasser hat, ermöglicht tatsächlich das, was wir als Leben auf der Erde kennen. Und Wasser scheint eine unglaubliche Resonanzfähigkeit zu haben für eigentlich alles, was wir kennen. Auch eine unglaubliche Affinität zu Wärme. Wasser ist einer der besten Wärmespeicher, die wir kennen. Das hat eine enorm hohe Wärme, also spezifische Wärmekapazität. Also ich brauche vier Joule Wasser ungefähr, um ein Grad zu erhöhen. Das ist bei vielen, bei Kupfer brauche ich ein Viertel oder ein Fünftel davon. Und bei fast allem, was wir hier im Raum sehen, brauche ich die Hälfte oder ein Viertel davon. Also wir, wie wir hier sitzen, sind Wärmespeicherkraft unseres Wassers und sind auch Resonanzorgane, Resonanzorganismen mit viel, viel mehr, als wir es bisher, glaube ich, ahnen und bewusst werden, durch das Wasser in uns. Und diese Untersuchungen deuten darauf hin, dass auch ganz feine, ich gebrauche jetzt das Wort Information, aber was ich meine damit ist, also man könnte vielleicht auch sagen, das Wesentliche einer Substanz im Wasser, wenn es immer weiter hoch verdünnt wird, gespeichert wird oder verbleibt. Und warum sage ich Information? In der konventionellen Medizin haben wir, zwei hauptpharmakologische Wirkungen, entweder Ersatz, also ich bin Endokrinologe, ich ersetze ganz viele Hormone, wenn ein Kind kein Schilddrüsenhormon hat. Ich habe ja viele Kinder, wir machen ja diese Screening-Untersuchung nach der Geburt, um zu sehen, hat das Kind genug Schilddrüsenhormon. Warum? Weil diese ersten vier Wochen entscheidend sind für die Gehirnentwicklung des Kindes. Wenn ich die verpasse, dann kann sich das Gehirn des Kindes nicht gut entwickeln. Sobald wir ein Fehlen von Schilddrüsenhormon entdecken, ersetzen wir es sofort mit Schilddrüsenhormon. Andererseits, wenn ein Kind zu viel Schilddrüsenhormon produziert, zum Beispiel durch Autoantikörper, die das aktivieren, obwohl der Körper das nicht braucht, geben wir eine Substanz, um die Schilddrüsenhormonproduktion zu unterdrücken. Also wir haben Ersetzen und Unterdrücken und in beiden haben wir eine dosisabhängige Beziehung. Je mehr wir geben, desto mehr wir ersetzen, desto mehr wir geben, desto mehr wir unterdrücken. In der Homöopathie, in dieser hochpotenzierten Substanzen, ist das nicht der Fall. Es ist ziemlich egal, ob ich jetzt viel oder wenig davon gebe. Es macht einen kleinen Unterschied, aber vielleicht mehr der Unterschied, wie wenn ich Ja mehrmals sage. Das macht keinen großen Unterschied, ob ich Ja laut sage oder leise sage. Ein Ja kann dein Leben verändern, wenn es in einem bestimmten Zusammenhang gesagt wird und es kann völlig ohne Bedeutung sein in einem anderen Zusammenhang. Und diese Qualität haben sowohl in der Medizin, in dem, was wir beobachten, im Umgang mit diesen Substanzen, als auch in der Forschung. Also mehr so eine Nicht-Dosis-Wirkungsbeziehung, sondern eine, entweder ist es das Richtige gewesen und es kommt an und es bewirkt was oder ich kann damit was anfangen als Anregung oder es hat überhaupt keine Bedeutung. Und diese Information ist offensichtlich in dem Wasser gespeichert und das kann man tatsächlich, und das hat mich erstaunt, ablesen an der Art, wie sich Wasser dann verhält unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel in Kernspieluntersuchungen, zum Beispiel in bestimmten elektrophysiologischen oder elektrophysischen Untersuchungen. Und dazu sind mehr Publikationen in den nächsten Jahren zu erwarten. Zum Letzten kann ich nicht viel sagen. Also ich kann es weder ausschließen noch bestätigen, weil ich hauptsächlich mit Kollegen und Kolleginnen zu tun habe und mit Patientinnen und mit Verbänden und die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sind sehr integere Menschen, also die meisten Ärztinnen und Ärzte, die ich kenne, egal aus welcher medizinischen Richtung, sind richtig gute Menschen, die versuchen das Beste in dem System für ihre Patienten zu tun. Und sie lehnen nicht die Homöopathie aus wirtschaftlichen Gründen aus, sondern aus weltanschaulichen oder ethischen Gründen aus. Sie sagen, aus ihrer Sicht ist es Placebo und es ist unethisch, meinem Patienten was vorzumachen oder mir was vorzumachen. Und ich sollte lieber dem Patienten sagen, ich kann nichts machen, als dem Patienten ein Placebo zu geben und den täuschen. Das ist an sich schon sehr, war ein sehr umstrittener Bereich, bis man gemerkt hat, man kann einem Patienten ein Mittel geben und sagen, das ist Placebo. Es gibt eine Untersuchung aus Harvard, wo drauf stand Placebo. Es waren Zuckerkügelchen drin. Es waren Menschen mit Irritable Bowelsyndrom, so mit unspezifischen Bauchschmerzen. Man hat der Hälfte dieser Patienten diese Fläschchen gegeben und gesagt, das ist Placebo, sind nur Zucker drin, aber wir wissen, Placebo hilft. Nehmen das jeden Morgen und jeden Abend und wir sehen uns in drei Monaten wieder. Und den anderen hat man einfach ein empathisches Gespräch geführt, wie bei der anderen Gruppe. Die Gruppe, die nur ein empathisches Gespräch bekommen hatten, hatten eine Besserung in 34 Prozent der Fälle. Die Gruppe, die ein Placebo zusätzlich bekommen hatten, hatten eine Besserung in 54 Prozent der Fälle. Das heißt, man kann mit Placebo arbeiten. Allerdings, wenn man die Cochrane Review sich anschaut zu Placebo-Wirkungen, die alle Studien, die es gibt, zusammenfasst zu Placebo, sieht man, Placebo hat eine im Durchschnitt 21 bis 23-prozentige Wirkung in Bereichen, wo es um subjektive Einschätzungen von Schmerzen und Befinden geht. In Bereichen, wo es um objektiverer Parameter geht, ist ein Tumor noch da oder nicht oder ist der Blutdruck noch hoch oder nicht, ist die Placebo-Wirkung fast null. Also das, was für uns lange Zeit, was ich noch im Kopf hatte, Placebo hat eine 33-prozentige Wirkrate, stellt sich in den Studien nicht so dar. Das heißt, die Placebo-Wirkung ist aus meiner Sicht erklärbar, dadurch, dass ich weiß, diese Substanz, die erinnert mich jeden Tag an meinen Arzt, an den Willen oder meine Ärztin, dass ich besser werde, die aktualisiert, ich tue was für mich und schon das ist eine Kraft. Und die kann ich benennen, auch anders, die muss ich nicht Placebo nennen. Und wenn man die Placebos wirklich genau untersucht, kann man die tatsächlich ausdifferenzieren in verschiedene Wirkungen und es bleibt nicht diese Black Box, die heute uns alle hypnotisiert, wo wir denken, wir brauchen immer Placebo-kontrollierte Studien, weil wir gar keine Urteilsfähigkeit haben, weil alles andere könnte Placebo sein. Nein, wir können mit unserer Urteilskraft einen großen Teil der Placebo-Wirkung durchdringen und die ist am meisten da wirksam, wo es um Selbsteinschätzung geht und in anderen Bereichen, wo es um objektivere Parameter geht, ist sie gar nicht so wirksam. Und man kann tatsächlich in vielen Studien einen Unterschied sehen zwischen einer homöopathisierten Substanz und einem reines Placebo, nicht nur bei den Pflanzen, sondern auch im Tierversuch. Und den Tieren könnte man sagen, also bei den Pflanzen ist es schon schwer zu sagen, ja, ich habe dir erklärt, Pflanze, das ist Placebo und deshalb ist es Placebo-Wirkung. Bei den Tieren auch ziemlich, ja, und auch bei kleinen Kindern. Und das Interessante ist auch, und das muss durch eine systematische Analyse und bestätigt werden, was ich sage, aber der Eindruck besteht, in Zellkulturen habe ich fast keine Wirkung. Bei Pflanzen haben wir gesehen, so ein bis acht Prozent, teilweise sogar bis 15 Prozent, die Maximalwirkung. Bei Tieren bis 30 Prozent. Bei Menschen kenne ich Menschen, die durch eine Gabe von einem homöopathisierten Mittel schlagartig befreit wurden von ihren Heuschnupfen zum Beispiel. Das heißt, es kann bis zu einer hundertprozentigen Wirkung gehen. Das weist uns darauf hin, je komplexer das System, desto mehr Freiheitsgrade, desto mehr das System die Möglichkeit hat, diese Information so aufzunehmen, dass sich was ändert. Das kennen wir im Gespräch, wo auch keine Substanz rübergeht. Ja, das sind auch letztendlich Wellen ohne Substanz. Und das ist durch diese potenzierten Präparate möglich. Das ist möglich mit Placebo. Aber eben die Wirksamkeit ist gesteigert, wenn ich noch eine potenzierte Substanz dazu habe, wenn es die richtige ist. Und damit will ich nicht sagen, dass Homöopathie wirkt, weil möglicherweise ist ein großer Teil dessen, was sich in den Praxen Homöopathie nennt, einfach Placebo oder Zufallsmedizin, weil gar nicht das Richtige ausgesucht wird. Also wir sind einfach noch im Zustand der Erforschung. Das Einzige, was wir mit relativer Sicherheit sagen können, unser gegenwärtiges Paradigma von Materie ist durch diese Befunde gechallenged. Und wir müssen weiter daran arbeiten. Und wir dürfen nicht die Homöopathie von der Forschung oder der Klinik ausschließen aus ideologischen Gründen, weil diese Ideologie bestätigt sich nicht in der Forschung. Die Anthroposophie beinhaltet auch den Begriff, es kann ein Leben vor dem Tod geben, es kann ein Leben vor der Geburt geben, es kann ein Leben nach dem Tod geben. Und es gibt sogar wiederholte Erdenleben. Und der Mensch oder der Kern des Menschen entwickelt sich von einem Leben zum nächsten. Und das wird teilweise von Kritikern als eine menschenverachtende Weltanschauung gesehen. Denn es ist doch verachtend, eine Medizin zu praktizieren, wo ich dir sage, das, was du jetzt gerade als Krankheit hast, könnte dadurch zustande kommen, dass du etwas in deinem früheren Leben falsch gemacht hast. Also eine perfide Art, die Medizin zu sehen. So wird das kritisiert. Das hat mir jemand aus der Skeptikergruppe gesagt. Und ich stand mit ihm und habe gesagt, Sie rauchen jetzt gerade eine Zigarette. Ich bin Arzt, ich weiß, wenn Sie in 20 Jahren zu mir kommen mit Lungenkrebs, ist es möglich, dass Ihr Rauchen einen Anteil gespielt hat an Ihr Lungenkrebs. Glauben Sie, dass ich Sie deshalb schlechter behandeln werde? Glauben Sie, dass ich Sie deshalb verachten werde? Und das gibt es. Es gibt Ärzte, auch in der Mainstream-Medizin, die an Patienten verachten, weil er geraucht hat. Und jetzt mit Lungenkrebs kommt. Gerade unter den anthroposophischen Ärzten erlebe ich diese Verachtung nicht, weil der anthroposophische Arzt weiß, dieses Rauchen, das war vielleicht eine Lösung für diesen Menschen. Das war vielleicht für diesen Menschen in der Zeit das Richtige. Oder auch nicht. Auf jeden Fall will ich darüber kein Urteil fällen, denn das ist der freie Wille dieses Menschen. Obwohl dieser Mensch weiß, dass Rauchen eine Gefahr ist, steht auf jede Packung, trotzdem weiter zu rauchen. Ich als Anthroposophe habe einen höchsten Respekt für den freien Willen jeglicher Individualität. Und ich enthalte mir ein Urteil darüber, was diese Menschen aus seiner Individualität getan hat. meine Aufgabe ist, diese Individualität zu helfen, wenn sie jetzt zu mir kommt. Und wenn das, was diese Individualität gemacht hat, um eine bestimmte Erkrankung zu haben, in einem früheren Leben war, wenn es die geben sollte, das ist eine Hypothese der Anthroposophie, mit der man leben kann und gucken, was es mit einem tut, dann habe ich genau die gleiche Haltung. Ja, vielleicht gibt es etwas, was diese Person gemacht hat, was du jetzt zu einer Erkrankung, und was heißt Erkrankung? Eine gewisse Konfiguration, mit der ich als ich und beseeltes Wesen mich auseinandersetzen muss. Jetzt kommt die gefährliche Frage, kann ich Krankheit so sehen, als etwas, woran man wachsen kann? Das ist auch nicht meine Aufgabe als Arzt, dem Patienten das zu, damit zu indoktrinieren. Aber ich kann innerlich die Haltung haben, ist deine Krankheit etwas, woran du dich entwickeln kannst und möchtest? Meine Aufgabe ist, deine Krankheit so gut wie nur irgend möglich sich, wenn ich kann, zu beseitigen, aber so zu beseitigen, dass es dir langfristig nicht schadet, sondern guttun und diese Frage offen zu halten. Und jeder, der mit Krebspatienten gearbeitet hat zum Beispiel, weiß, dass die meisten Krebspatienten sagen am Ende, ich bin so dankbar, dass ich diese Erkrankung hatte, ich habe so viel dadurch gelernt, mein Leben ist dadurch anders geworden, hat eine völlig neue Qualität gewonnen. Aber das ist etwas, was manche entdecken und manche nicht. Und in manchen Fällen wird es stimmen und in manchen vielleicht nicht. Auch das ist nicht meine Aufgabe als Arzt. Und deshalb, ich kann verstehen, dass es diese Kritik gibt, aber das ist aus meiner Sicht aus einem Fall, aus einem nicht ganz, aus einem nicht ganzheitlichen Verständnis dessen, was Anthroposophie ist und einem verkürzten Verständnis dessen ist, was die Aufgabe eines Arztes ist. Also jeder Anthropologe, der verschiedenen Kulturen studiert, weiß, dass in vielen Kulturen dieser Gedanke lebt. Wenn du eine Erkrankung hast, dann heißt es, du oder manchmal heißt es deine Familie oder du in einem früheren Leben hat etwas gemacht, was falsch war oder moralisch nicht richtig und so weiter. In manchen Kreisen ist eine Erkrankung deshalb eine Stigmatisierung. Und das gilt es zu überwinden in jedem Kulturkreis, weil es den Menschen natürlich nicht gerecht wird und weil es zum Unglück der Erkrankung noch ein zusätzliches Unglück dazu bringt. Und dass der Anthroposophie zuzuschreiben, dass sie das machen in Bezug auf früheren Leben, ist einfach eine Verlängerung dieses Grundproblems. Aber es ist nicht logisch und es entspricht auch nicht der Realität. Und ich schließe auch nicht aus, dass es in irgendeinem anthroposophischen Zusammenhang irgendjemand gegeben hat, der so gedacht hat. Aber das ist nicht anthroposophisch gedacht. Und dann, wenn so jemand das erlebt hat, verstehe ich, dass sie auch reagieren gegenüber der Anthroposophie und anfangen, sozusagen negative Gefühle gegenüber der Anthroposophie zu entwickeln. Ich hole da vielleicht ganz kurz ein bisschen aus. Wir haben es in der Anthroposophie mit einem Phänomen zu tun. Man könnte sagen, der damit begann, dass ein kleiner Junge seine Tante erlebt, die ihn nach Hilfe frägt. Und beim Abendessen erfährt er, diese Tante war schon verstorben. Das heißt, ein Junge namens Rudolf Steiner, der hatte übersinnliche Erlebnisse und sein materialistisch geprägtes Umfeld, Vater, Ingenieur, Leiter einer Bahnstation, konnte damit überhaupt nichts anfangen. Er fragt sich, wie kann das sein? Das, was ich erlebe, hat Realitätscharakter, so wie wir hier Realitätscharakter überprüfen können. Wir können uns unterhalten darüber, was das heißt. Wie kann ich überprüfen, dass etwas, was ich innerlich erlebe, einen Realitätscharakter hat und meine menschliche Umwelt sagt, das gibt es nicht. Diese Junge mit zwölf erlebt, dass ein Arzt, sehr gebildet, der ihm viel über Literatur und so weiter beibringt, ihm die projektive Geometrie beibringt und er erlebt, ich kann innerlich etwas erleben, zum Beispiel das Gesetz, jeder Dreieck hat in Summe seiner Winkel 180 Grad. Das kann ich mir von außen beweisen, indem ich das rausschneide und so zusammentue. Ich kann aber innerlich eine Entwicklung machen, wo ich mir klar mache, ja, tatsächlich, das ist auch ohne, dass ich meine Sinne gebrauche von außen, für mich beweisbar. Er hat eine innere Wirklichkeit erlebt, die nur im Inneren zu erleben ist. Der bräuchte die äußere Welt gar nicht. Der könnte auch blind sein und das trotzdem machen. Und da sagt er, ich weiß, dass ich da das Glück zum ersten Mal erlebte. Das war so ein Glücksgefühl für ihn. Ah, es gibt etwas, was nur innerlich erlebt wird, unabhängig von den Sinnen. Erstens, das wird erkannt in der äußeren Welt. Das ist sogar Wissenschaft geworden. Das ist Wirklichkeit. Das heißt Geometrie. Und, und das war für ihn das Wesentliche, das hat mit der Sinneswelt nichts zu tun, sondern das ist in einer reinen inneren Arbeit. Ich muss arbeiten, um da hinzukommen und ich erkenne das. und das ist sogar von größerem Bestand als alles, was ich um mich herum erlebe. Alles, was wir hier erleben, wird irgendwann vergehen. Dieses Gesetz, was ich im Inneren erkannt habe, das bleibt bestehen. Und von dort aus hat er einen Punkt, wo er angefangen hat, weiter zu untersuchen. Das führte ihn in die Erkenntnistheorie. Der hat mit 16 Kant gelesen, während seine Geschichtsunterrichte, das hat er in Kant-Büchereien geschmuggelt und hat daran gearbeitet und gearbeitet, wie kann ich die Wissenschaft so verstehen, dass sie auch offen ist für die innere Erlebnisse, die ich als Wirklichkeit empfinde und die ich immer weiter entwickle in dieser Zeit. Und das mündete erst mal darin, dass Professor Julius Schröer in diesem jungen 21-Jährigen jemand erkennt, von dem er meint, du hast die Fähigkeit, Goethes naturwissenschaftlichen Schriften herauszugeben, weil du als etwas erkannt hast, was wesentlich ist für Goethes naturwissenschaftliche Arbeit. Wo es um Entwicklung geht und was heißt Entwicklung? Entwicklung kann man nur verstehen, wenn man einerseits ein Etwas versteht, was sich entwickelt. Das heißt, es gibt ein Wesen, was mehr ist als die jeweilige Manifestation seines Wesens in den verschiedenen Entwicklungsstufen, beispielsweise einer Pflanze. Das heißt, ich habe eine Idee und gleichzeitig eine Entwicklung in der äußeren Welt. Und diese 21-Jährige gibt tatsächlich Goethes naturwissenschaftliche Schriften heraus, zum ersten Mal, und entwickelt gleichzeitig die Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goethischen Welt anschauen. Und da merkt man neben auch seiner Doktorarbeit über Wahrheit und Wissenschaft, wie gediegen inzwischen sein Denken darüber, was ist Wissenschaft, was, woher gewinne ich die Ideen, wo, wie entwickle ich das Denken, was mir ermöglicht, überhaupt Wissenschaft zu machen. Was ist die Rechtfertigung für die Wissenschaft insgesamt, die ja ein produktives Ergebnis des Menschen ist? Also jeder Wissenschaftler weiß, Wissenschaft ist ein hochproduktives Geschehen, das sind eigentlich Kunstwerke, die man da produziert, aber diese Kunstwerke haben die Eigenschaft, dass sie möglichst genau dem Phänomen entsprechen. Bis dahin, dass man sie die Naturgesetze nennt. Und so hat Steiner eigentlich die Grundlage gebildet, um einerseits den Geist zu erkennen, den Geist kennen zu lernen, der in sich das produziert, was wir wiederum auf die Wissenschaft, auf die Welt anwenden und das nennen wir Urteil oder Urteilskraft. wenn wir sozusagen diese Fähigkeit uns anschauen. Und damit berühre ich die andere Seite dieser Frage der Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie. Die Anthroposophie ist der Versuch, auf allen Gebieten des Seins das Denken so zu entwickeln, dass es dem Phänomen, dem Gegenstand wirklich gerecht wird. Und das heißt in der relativ materiellen Welt ein ziemlich gesetzmäßiges Denken, der nicht viele Freiheitsgraden hat. Die Schwerkraft ist ziemlich konstant. Das heißt aber in der Welt des Lebendigen Gesetzen erfahren, die ich teilweise nur in meinem Inneren wirklich erfassen kann, wenn ich die Metamorose der Pflanze nachvollziehen kann. Und das heißt auf der Welt des Beseelten schon viel mehr Freiheitsgraden. Und das heißt in der Innenschau, wenn wir einfach schauen, wenn ich mich freue, was passiert und woran erkenne ich, dass ich mich freue. Und das ist eine ganze Phänomenologie, die sich da entfaltet, die eine gewisse Gesetzmäßigkeit hat. Also die wenigsten werden sagen, das fängt in meinem rechten Kleinzeh an und entwickelt dort seine höchste Ausprägung. Und die wenigsten werden sagen, wenn ich mich freue, dann ist es etwas, was bläulich nach unten geht und mich ein bisschen herunterzieht. Also es hat schon eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Und die Frage ist, was spielt sich da ab und wo? Und wie kann ich das am besten beschreiben? Und kann ich das als Endokrinologe mit Hormonen abschließend beschreiben? Oder brauche ich noch eine gesamte Phänomenologie der Seele dazu, bei der ich erfahre, die Menschen, die zum Beispiel Eurythmie praktizieren über Jahren, ein unglaublich reiches Vokabular haben und mir helfen können, zu verstehen, was ich da eigentlich als Phänomen erlebe. Und da wird die Wissenschaft sehr offen, sehr künstlerisch, sehr spielend. Und dann komme ich zu einem Bereich, der noch darüber steht, wo es darum geht, also in gewisser Hinsicht muss jedes Mal so wie so ein kleiner Zurücknahme stattfinden. Meine Lebendigkeit, meine Beseeltheit und Emotionen, damit sich noch etwas entwickeln kann und dieses noch etwas, was sich entwickelt, auch im Rahmen der Kindheit, bis ich dazu komme, als junger Mensch ein Urteil fällen zu können, wo ich alles, was mit meine Subjektivität zu tun habe, einerseits beiseite lasse und einerseits mit größtem Engagement hineinbringe, um das Schwierigste zu erfassen, was man überhaupt erfassen kann, vielleicht, und das ist ein anderer Mensch. Also ich muss, der andere Mensch ist das Gegenteil, eine Naturgesetzlichkeit, er ist sich selbst und sie ist sich selbst möglicherweise eigengesetzlich. Das nennt man Verantwortung. Verantwortung für sich und vielleicht sogar für andere. Unser Rechtssystem basiert darauf, dass ich mir selbst gebieten kann, Gesetz geben kann. Und jeder von uns trägt diese Möglichkeit in sich. Und das ist die größte Ressource, die ich auch als Arzt habe, das beim anderen Menschen gemeinsam zu entdecken und zu ermöglichen. Und das ist immer gleichzeitig eine Selbstermöglichung. Und das ist eine Wissenschaft, die sehr weit gekommen ist von den Naturgesetzen, wo ich Ursache und Wirkung habe und wo früher der Traum gelebt habe, dass wenn ich wusste, wo jedes Atom im Universum ist, ich voraussagen könnte, wie die Zeit nach vorwärts geht und die Zeit kann genauso nach vorwärts und nach rückwärts geht. Diese Traum haben wir verlassen, weil wir entdeckt haben, dass auch die Materie selber die Zufälligkeit in sich beinhaltet. Und das haben wir aus der Quantumphysik gelernt. Und wir haben auch entdeckt, dass die Materie, und dafür gab es den Nobelpreis 2022 bei Zeilinger, dass die Materie selber verschränkt ist. Und das eröffnet nochmal eine Möglichkeit, die Möglichkeit, dass unsere Gedanken und Gefühle möglicherweise auch verschränkt sind, auch ein Zusammenhang sind, dass es möglicherweise von Bedeutung ist, wenn ich an jemanden denke, der auf der anderen Seite der Welt ist. Das ist wissenschaftlich nicht unmöglich. Die Materie macht das. Unsere Materie jetzt gerade, unser Körper, ist unmittelbar verbunden mit aller Materie im Universum. Und diese Materie hier ist uns ein bisschen näher und deshalb fallen wir in diese Richtung. Aber wir fallen gleichzeitig, ohne dass wir dafür irgendeine Kraft ausüben, fallen wir gleichzeitig in Richtung jedes Stern im Universum. Nur schwächer, weil die Erde gerade so nah ist. Und wenn ich das wirklich mir klar mache, ich bin unmittelbar verbunden mit jedem, mit allem, was im Universum Materie hat, ist es vielleicht auch nicht unmöglich, dass andere Teile meines Wesens, die ein bisschen subtiler sind, auch verbunden sind mit allem im Universum. und und dann kommt man vielleicht, um diesen Bogen zu schließen, zu diesem interessanten Gedanken, dass mein Ich vielleicht das Unverbundenste im ganzen Universum ist. Das Freieste, das Ungesetzlichste, das wissenschaftlich am schwersten zu erfassenste oder eigentlich im Kern gar nicht zu erfassen und voraus zu sagen. Und das ist die Achtung, die sogar Rudolf Steiner als Hellseher vor jedem Einzelnen Ich hatte und warum er die Freiheit eines jeden Einzelnen so unglaublich hoch gehalten hat und unglaublich wenig interveniert hat aus diesem Respekt und das kann man einfach naturwissenschaftlich ableiten und insofern ist die Anthroposophie für mich tatsächlich ein naturwissenschaftlicher Versuch oder ein naturwissenschaftliches Versuchen wir sind ständig und werden immer dabei sein und auch Steinowarses ein naturwissenschaftliches Versuchen sich und die Welt zu verstehen das vielleicht als versuchende Antwort was ist was ihr Vielen Dank.